Ja, hallo, hier unsere Tagesthemen von heute. Ja, wir wollen eben heute mal eine Sendung machen, dass eben ganz viele Demonstrationsteilnehmerinnen von Fridays for Future, Parents for Future und so weiter, dass sie sehr gut verstehen, dass Fridays for Future Frau Merkel den Klimawirtschaftswunderplan der Next Scientists for Future anbieten muss und bringen muss, dass es sonst keine Erfolgsaussichten geben wird jemals sozusagen. Ja, und dann kommen natürlich noch die Kurznachrichten zum Thema Corona, zu KNFM, zur Heute-Sendung und zu Bodo Schiffmann. Aber erstmal machen wir das mit dem, ja, ganz kurz zwischendurch das Tagesbild natürlich kurz präsentieren. Ja, ich glaube, ein bisschen besser rücken müssen wir das noch. So, jetzt ist es, glaube ich, ganz gut im Bilder. Ja, ein ganz bisschen mache ich es noch in die andere Richtung. So, jetzt, glaube ich, gefällt es mir ganz gut. So, das ist unser Tagesbild und dann schauen wir uns doch mal an, Also, wie kommt man zu den vielen Sendungen, zu den vielen Fridays for Future Schülerinnen und Schülern und Parents for Future Teilnehmern der Demonstrationen, die also regelrecht begeistert waren von dem Lösungsansatz der Next Scientists for Future. Ja, nur, es ist leider eben ein großer Unterschied zwischen den Orga-Teams von Fridays for Future, wo wir mit, ich habe ja gerade letztens wieder mit dem Leiter des Orga-Teams Fridays for Future Kollen gesprochen, hatte ja lange Gespräche mit einem Orga-Team-Mitglied aus Süddeutschland. Ja, hier sehen Sie also die Homepage, ach so, Sie sehen, Sie können es oben nicht lesen, aber es ist also nexts4f.de, da kommen Sie direkt auf die Homepage oder eben ausgeschrieben nextscientistsforfuture.de, also alles ein Wort, aber hier die Abkürzung reicht auch, man geht also hier Next, wenn Sie zum Beispiel hier gehen auf Google, zum Beispiel hier rechte Maustaste, ach so, warum macht er das jetzt nicht? Augenblick, das macht er doch normalerweise. Nee, macht er jetzt nicht, also Google, auf jeden Fall, wenn Sie bei Google eingeben, nexts4f.de kommt direkt diese Homepage hier, nextscientists, dann kommt hier die Stellungnahme, die Anliegen der jungen Menschen sind berechtigt, Wohlfühlstimme als Weg zu Weltrettung und Wirtschaftswunder. Zurzeit demonstrieren viele junge Menschen wie zum Beispiel Greta Thunberg, Fridays for Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion und so weiter, auch für System Change, eine Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften, Gemeinwohlausrichtung der Wirtschaft, Postwachstum, Gemeinwohl, Ökonomie und so weiter. Das können Sie sich ja alles mal in Ruhe durchlesen, sozusagen. Und dann kommt eben die Aussage der Professorinnen des Arbeitskreises Next Scientists for Future, dass wir eben die soziale Marktwirtschaft beenden müssen und eine sinnvolle, neue, menschenfreundliche Wirtschaftsordnung herstellen müssen und dabei gleichzeitig ein Wirtschaftswunder erzeugen und so weiter. Lesen Sie sich das alles bitte dringend durch. Sie können es ja auch, wenn ich es ein bisschen langsamer mache, können Sie es ja nachher dann auch, können Sie auf Stopp drücken und dann können Sie es auch am Bildschirm sehen. Ja, dann können Sie es auch hier nachlesen. Ja, sozusagen. Dann können Sie hier noch über die Geschichte, die zeitgleiche Geschichte des Weltrates mit Greta Thunberg lesen. Die Aufgaben. Und dann können Sie es am Bildschirm hier auch lesen. Und ja, hier haben Sie die ausführliche Schilderung der Wohlfühlstimme, was das für eine drastische Veränderung der gesamten Gesellschaft bedeuten würde. So können Sie alles nachlesen. Und dann Englisch gibt es auch natürlich. Und dann gucken wir uns, dann ziehen Sie ganz runter oder klicken hier, zum Beispiel, wenn man hier klickt und klickt hier oben auf Kontakt. Dann sind Sie schon ziemlich weit unten. Dann können Sie nur noch ein bisschen weiter klicken. Dann gucken wir uns doch mal an. Hier finden Sie also dann schon, wenn man hier drauf klickt, finden Sie dann schon einige der Sendungen. Hier natürlich auch andere in den Playlists, in der Playlists auch andere, den Wirtschaftsweisen, den linkslastigsten Wirtschaftsweisen, den es wohl je gegeben hat vom Sachverständigenrat, den Professor Truger. Dann hier zum Beispiel eine junge Fridays-for-Future-Teilnehmerin und so weiter. Wenn man dann sich die Videos anschaut, sieht man also viele Sendungen, auch Talkshows und Sendungen. Und hier unten, wenn man von unten her guckt, ja eben Talks hier schon mal mit jungen Leuten. Nicht alle, zum Beispiel hier jemand von Parents-for-Future, hier jemand von den Demonstrationen, hier Leute auch aus dem Tierschutzbereich. Aber das ist noch sehr wenig. Also hier findet man im Moment sehr wenig. Hier findet man gar keine Fridays-for-Future-Teilnehmer-Talks sozusagen. Aber hier findet man wieder vieles. Hier, wenn man hier drauf klickt und klickt jetzt mal, ja also auf den Gesamtsender jetzt mal, da findet man hochinteressante Talkshows, also überhaupt Sendungen aus dem Gesamten. Also hier zum Beispiel von Dreisatzgobel über Lobbyismus. Hier wieder zwei junge Fridays-for-Future-Demonstrationsteilnehmerinnen. Hier auch zum Thema Corona und so weiter. Hier ist Arte-Sendungen, Bild-Zeitung und so weiter. Ja, gucken wir mal, wo finden wir denn die vielen Videos. Da kann man entweder jetzt in die Playlists gehen, ja zum Beispiel man geht jetzt in die Playlist Nummer 1. Wo ist sie? Playlist Nummer 1. Erste News und Talks. Beginnt Witz-Gobel. Da sehen Sie jetzt also viele Sendungen, wenn man hier so langfährt, die Playlists, sieht man viele Talks. Immer wieder hier Fridays-for-Future-Köln-Teilnehmer. Hier einer von Students-for-Future-Köln. Hier Fridays-for-Future-Bornheim-Teilnehmer. Und alle äußern Sie sich mehr oder weniger begeistert hier wieder und so weiter. Also wenn man, hier können Sie durchklicken durch, ja vielleicht 100 Talks mit Fridays-for-Future-Demonstrationsteilnehmern. Und Sie finden da also lauter junge Leute, hier zum Beispiel auch wieder jemand von der Demonstration Fridays-for-Future. Und so finden Sie massenhaft Sendungen in der Playlist 1 mit jungen Leuten, die also sich hier, und diese junge Dame, die hat gesagt, die hat das richtig verstanden, dass wenn Fridays-for-Future Frau Merkel nicht ein fertiges Konzept liefert, dass dann die Politik offensichtlich ja vielleicht auch gar nicht weiß, wie sie das Problem lösen können kann. Denn wenn sie das Problem alleine lösen könnte, dann bräuchte sie ja Fridays-for-Future gar nicht und hätte sie auch gar nicht gebraucht und sie hätte auch die Next Scientists-for-Future nicht gebraucht. Das Dilemma ist eben, dass die Politik es alleine ohne Fridays for Future und ohne die Next Scientist for Future und deren sachliche Reformkompetenz ja gar nicht kann. Und das hat diese junge Dame ganz gut verstanden. Aber jetzt gehen wir nochmal hier so in den Sender rein. Also man kann auch über den Weg gehen, dass man auf die Videos geht und dann zieht man hier so runter, zieht man kräftig runter, dass man auch auf die früheren Sendungen kommt. Denn das sind ja schon in Größenordnung 600 Sendungen. Wenn man hier kräftig runterzieht zu den älteren Sendungen. Schön runterziehen hier, runterziehen immer weiter runter. Ich fahre einfach mal immer weiter runter. Hier sieht man dann, also hier zum Beispiel sieht man die große Pressekonferenz mit Fridays for Future Teilnehmerinnen von Köln und Bonn, also von den Demos. Das leider ohne das Orga-Team Köln, ja, weil die da leider nicht mitgemacht haben. Und ja, und da war das Tragische auch, ja, dadurch, dass alle Top-Journalisten von Köln da waren, aber unsere Professoren das nicht wussten, weil die Journalisten nicht unserer Bitte gefolgt sind, mitzuteilen, ob sie denn auch alle kommen. Wenn wir die Nachricht gehabt hätten, dann wäre natürlich hier lauter unserer Professoren auch anwesend gewesen, weil, aber da sie nicht wussten, dass alle diese Journalisten, Bild, Zeitung, WDR und Kölner Stadtanzeiger und so weiter, dass die dann alle vollständig versammelt waren, da wir das nicht wussten, sind die Professoren auf, die konnten ja nicht auf Verdacht anreisen, ne, Schluck Wasser. Leider, sonst wäre das wahrscheinlich eine ganz große Geschichte gewesen und es wäre nicht nur der kleine Bild-Zeitungsartikel erschienen, sondern wahrscheinlich eine Schlagzeile überall, eine Tagesschlagzeile. Ja, und hier haben wir sozusagen lauter junge Leute, großen Teils Fridays-for-Future-Demonstrationsteilnehmer, auch Randständige, ja, also auf jeden Fall. Und der Großteil dieser Leute hier ist regelrecht begeistert von dem Lösungsansatz mit Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaft dazu zu bringen, sozusagen, die Wirtschaft dazu zu bringen, sozusagen, letztendlich, sozusagen, ja, eben menschenfreundlich zu werden und Umweltreparatur zu tätigen. Ja, also nur der Ansatz der Next Scientist for Future schafft es, dass die Wirtschaft selbst zum Umweltreparierer wird, weil sie daran zukünftig ein wirtschaftliches Interesse haben wird, durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, ja, also hier lauter junge Leute, ja, ich mache mal nur ein Beispiel hier, zum Beispiel drei junge Leute, die also auch auf den Demonstrationen waren hier, zum Beispiel, ja, und so weiter, ja, also, ich gehe mal wieder zurück, hier, also massenhaft Talks hier, jemand von Fridays, ich weiß nicht, gar nicht, ob dieser junge Mann beim Orga-Team mit dabei war, aber eben lauter Talks solltet ihr euch alle anhören, und euch von den Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmern, also quasi die Orga-Teams sollten sich von den Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmern überzeugen lassen, dass nur die Next Scientist for Future und eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppierungen Fridays for Future und Next Scientist for Future.de eben die einzige Realisierungschance ist, wirklich was zu erreichen. Sie sehen es, was für Massen an Talks, das sind auch mit Studenten und, ja, also massenhafte Talks und Sendungen, also jedenfalls, ja, also massenhaft. Also liebe Fridays for Future, also Kohlestopps 2026, 900 Milliarden Euro, sieben Jahre Plan fürs Klima, den Klimawirtschaftswunderplan, das können alles nur die Next Scientist for Future, das kann niemand sonst auf der Welt, und wie gesagt, Frau Merkel hätte das alles längst gemacht, wenn sie es gekonnt hätte, sie kann es aber nicht ohne die Next Scientist for Future, sie weiß nichts von den Next Scientist for Future, man kann diese Leute ja auch nicht erreichen und so weiter, die sind ja abgeschirmt wie, wie sonst etwas und die erreicht ja gar nichts sozusagen. Und nur ihr habt als Fridays for Future den Kontakt zur Frau Merkel, ihr könnt sie erreichen über die Öffentlichkeit, ja, und sozusagen einzige Chance für Fridays for Future jemals auch nur irgendetwas erreichen zu können, ist die Zusammenarbeit mit den Next Scientist for Future, die immer noch den Kohlestopps 26 für möglich halten, jetzt könnten die glauben, dass sie das immer noch schaffen können, ne. Ja, dann wieder zurück zu unserem schönen Tagesbild und jetzt zu den Kurznachrichten, ja, also hier, also das war ja jetzt unser Tagesthema, ja, also hier Fridays for Future Schülerinnen Köln verstehen, dass Fridays for Future Frau Merkel den Klimawirtschaftswunderplan bringen muss, und dass sonst keine andere Chance wohl bestehen wird, ja, und traurig, dass das die Orga-Teams bis jetzt immer noch nicht verstanden haben, ja, dass diese Sendung ist ja auch nochmal ein Versuch, genau das zu erreichen, ja. Ja, dann nochmal jetzt die Kurznachrichten, also zur gestrigen Heute-Sendung, kein Wort von Kranken und Toten. Es wird immer nur von Massen von Getesteten berichtet, aber wenn man doch der Bevölkerung klar machen will, Leute, ihr seid leichtsinnig, dann zeigen wir euch doch mal jetzt die Zahlen der Schwerkranken, wir zeigen euch mal die Zahlen der jetzt gerade Gestorbenen an Corona, Schluckwasser. Wobei dann ja immer die Frage ist, ob es sich um ein, wie das Robert-Koch-Institut so schön sagt, der Professor Wieler so schön sagt, in Verbindung, in irgendeiner Verbindung mit Corona gestorben oder um echt überwiegend an Corona als Haupttodesursache gestorbenen handelt, ja. Aber wie gesagt, die öffentlich-rechtlichen Medien könnten es sich doch ganz leicht machen. Sie bräuchten doch nur, statt von Massen an Getesteten zu reden, müssten sie reden und berichten über die Schwerkranken und Toten mit Corona und so weiter. Und das scheint aber nicht möglich zu sein, weil es vielleicht zu wenig Schwerkranke gibt und zu wenig Tote gibt und damit das dann nichts hermachen würde und von daher verzichten die öffentlich-rechtlichen Sender auf diese Darstellung und das macht uns deutlich, dass eben wahrscheinlich die Sterblichkeit eben doch nicht stärker ist als bei einer höchstens einer sehr kräftigen Grippe-Epidemie, ja. Ja, alle verhalten sich, als ob ein falsch, eventuell falsch, positives Testergebnis identisch mit einem Todesfall wäre. Also es wird quasi so getan, als ob wirklich ein reines Testergebnis positiv identisch mit einem Todesfall wäre. Dabei ist ja ein riesiger Unterschied zwischen einem Testpositiven und einem Corona-Toten. Aber es wird so getan, als wäre das das Gleiche und eine ähnliche Stimmung wird erzeugt. Ja, und bei KenFM war eine Sendung gewesen mit sehr vielen, ja, ich würde sagen, psychologistischen Irrtümern über, über, auch über Naturwissenschaft, ja. Da wurde dann auch so gesprochen, es wurde sehr viel über Begriffe gesprochen, die gar nicht naturwissenschaftlich verankert werden können, so wie Selbst, das Selbst und das wahre Selbst und das Ego und so weiter. Da weiß ich, was gemeint ist. Ich habe selber auch früher mit solchen Begriffen gearbeitet, aber die sind viel zu ungenau. Wir wissen heute ja, dass die gewinnbringenden Irrtümer, die vorteilbringenden Irrtümer und die karrierenfördernden Irrtümer das Ganze Entscheidende sind, was die Psyche der Menschen mit, äh, mit, äh, sozusagen negativen Dingen vollfüllt oder eine Gehirnwäsche darstellt oder eine Massenmanipulation darstellt. Schluck Wasser. Da wurde in dieser Sendung teilweise, ähm, über die Naturwissenschaft geredet, ohne dass man weiß, äh, was moderne Naturwissenschaft überhaupt ist. Da wurde gesprochen von angeblicher, äh, naturwissenschaftlicher Medizin. Ja, also ich habe viele in meiner Wissenschaftswelt, äh, viele Wissenschaftler, äh, kennengelernt, sei es textlich oder persönlich, die eher gesagt haben, Medizin war nie eine Wissenschaft und wird nie eine Wissenschaft sein. Es handelt sich um ein Geschäftsmodell des Verkaufens von Behandlungen, Operationen, Tests, Impfungen, äh, Bestrahlungen, Chemotherapien und so weiter. Es ist ein Geschäftsmodell, das aus einem Grunde an den Universitäten verankert werden musste, weil ja eine Staatsprüfung erforderlich ist, weil ja ein Arzt eine Sondererlaubnis zum Aus, zum legalen Ausübung von sonst an sich strafbaren Körperverletzungen bekommen muss. Und deswegen musste da der Staat so ein bisschen seine Hand drauf halten. Und nur deswegen ist, ist wohl die Medizin immer noch an den Universitäten, weil der Staat seine wachende Hand drauf halten muss, dass da nicht die Körperverletzungen unter dem Vorwande der Heilungsabsicht sozusagen nicht überhand nehmen und am Ende nicht die Körperverletzung über allem dominiert. Denn dafür muss ja der Arzt in einer Staatsprüfung eine Sondererlaubnis bekommen. Denn wenn ein anderer eine Spritze setzen würde, eine Impfspritze, dann würde er sofort ins Gefängnis wandern wegen, wegen Körperverletzungen. Und das wäre eine strafbare Handlung. Nur jemand mit Sondererlaubnissen und Staatsprüfungen und so weiter kriegt ja diese Erlaubnis zur Körperverletzung zum Beispiel. Auch Heilpraktiker kriegen diese Erlaubnis im begrenzten Umfang. Ja, und das heißt also, ob Medizin überhaupt, ob es überhaupt glücklich ist, Medizin im Kontext der Wissenschaft zu haben, dass da genauso müssten wir, genauso, die Frage ist halt, wir haben ja auch an den Universitäten keine Fast-Food-Ketten und deren Geschäftsmodell an den Universitäten. Und da würde ja auch jeder klar sehen, dass das bedenklich ist. Aber bei der Medizin war wohl der tiefere Hintergrund, dass eben der Staat seine wachende Hand über diese gefährliche Disziplin haben muss, weil ja da Körperverletzungen erlaubt werden von Staats wegen. Und das ist etwas, wo der Staat wohl mit seinen staatlichen Universitäten die Hand darüber halten wollte. Aber das bedeutet eben nicht, dass es eine naturwissenschaftliche Medizin gibt, sondern genauso wie es bei der alten Volkswirtschaftslehre den Versuch gab, gab, dass man sich einen pseudonaturwissenschaftlichen Anstrich versucht hat zu geben. Das ist genauso wie wenn sich die Medizin jetzt versucht, einem pseudonaturwissenschaftlichen Anstrich zu geben. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, also die Verwalter der sozusagen der echten Naturwissenschaft in der Welt sind, eben die Next Scientists for Future ist der World Council of Wise People, der Weltrat der Weisen. Hier geht es darum, dass echte Physik plus echte Chemie plus echte Biologie, besonders echte Evolutionsbiologie und echte inklusive echter aller Varianten von echter Psychobiologie, Evolutionspsychologie, Soziobiologien und so weiter, alles die echten Anteile, ein Gesamtbild liefern, dass die gesamte Menschheit, gesamte Volkswirtschaft, es gibt ja dann intern die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, es gibt die sozusagen die korrigierte und kompletierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie, das ist echte Naturwissenschaft sozusagen. Und die sagt, nein, in der Medizin sind uns zu viele gewinnbringende Irrtümer drin, zu viele vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer, das können wir nicht als Wissenschaft geschweige denn als Naturwissenschaft jemals akzeptieren. Also das hat nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Die Evolutionsbiologie kommt zu völlig anderen Perspektiven als eine pseudonaturwissenschaftliche Medizin, die also sich einem Pseudo versucht, einem pseudonaturwissenschaftlichen Anspruch oder Anstrich zu geben. Genauso akzeptieren wir als naturwissenschaftliche Denker keinesfalls die VWL, die ist für uns eine antinaturwissenschaftliche Lehre, also eine Geisteswissenschaft oder eine, ja, sie ist also, hat überhaupt keinen Bezug zur Naturwissenschaft. Der VWL fehlen alle echt naturwissenschaftlichen Grundlagen, ja. Denn man muss heute Volkswirtschaften evolutionsbiologisch analysieren, mit Hilfe der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik. Also hier, schauen wir uns mal an, hier, wir müssen gucken, wie sich Sozietäten verhalten, wie die Evolutionsprozesse in frühmenschlichen Sozietäten unterhalten haben. Hier nochmal das Bild mit Greta Thunberg. Ach so, da können wir ja nochmal kurz zwischendurch zeigen, hier bei der Gelegenheit. Schauen wir doch mal hier, wo ist es, da ist was falsch auf, wo ist denn Greta Thunberg? Ach ja, hier ist doch die Sendung mit, der Artikel hier auf, zum Beispiel auf MyCity24 sehen wir hier die Sendung, den Artikel, ja, das ist ja ein Artikel, ein Online-Artikel mit Greta, also über Greta. Und da war das Thema hier, holen Greta Thunberg und die Four Futures. Die gewünschten, also wir gehen ja davon aus, dass sie sich 900 Milliarden fürs Klima wünschen, die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima am 18. 19. 5. 19. war das Angebot schon, ja, ab oder verfallen diese. Da hätte ja die Großpressekonferenz stattfällen sollen, stattfinden sollen, ja, und da kann man sich den ganzen Artikel, ich mache es mal langsam, dass man sich den Artikel auch durchlesen kann, ohne ihn aufrufen zu müssen. Na gut, am Rand wird rechts ein bisschen viel abgeschnitten, aber man kann es vielleicht trotzdem lesen. Na ja, also auf jeden Fall ist dieser Artikel, war die Einladung an Fridays for Future ans Ziel zu kommen, den Kodestopp 26 zu kriegen. Man hätte dazu auch Frau Merkel einladen können zu dieser großen Pressekonferenzveranstaltung und Altmaier und Spahn und Klöckner hätte man einladen, die Bundesminister können, ja, die wären vielleicht auch alle gekommen, wenn Greta gekommen wäre, Luisa gekommen wäre und so weiter. Ja, aber leider haben das Fridays for Future verpasst. Die haben einfach darauf nicht reagiert, auf 30 E-Mails und Einladungen und Telefonanrufe haben sie nicht reagiert. Ja, das wollte ich ja zeigen, dass eben hier, ja, man muss die Evolutionsverläufe schauen, der letzten 13,8 Millionen Jahre, Hominiden-Evolution und so weiter, menschenähnlichen Evolution und so weiter. Und hier zum Beispiel die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik mithilfe dieses Schaubildes von Evolutionsverläufen. Ja, und da, da, dem hält also weder die Medizin noch die klassische alte VWL-Volkswirtschaftslehre stand. Das ist alles sozusagen für uns naturwissenschaftliche Denker überhaupt keine Naturwissenschaft. Das ist eher, das ist keine echte Naturwissenschaft, das ist das Gegenteil von Naturwissenschaft. Also, wir stehen ganz im Gegensatz zur Medizin, zu dem Medizingeschäft, dem marktwirtschaftlichen Geschäftsmodell Medizin. Und wir stehen auch ganz kritisch und ganz im Gegensatz zur alten Volkswirtschaftslehre. Ja, das ist ein Gegenteilsverhältnis. Ja, übrigens zeigen dann auch die Kommentare zu dieser KenFM-Sendung, dass es eben viele Fans gibt für solche realizitsfernen Begrifflichkeiten wie Selbst, Ego und wahres Selbst und so weiter, die ich alle mal selbst auch benutzt habe. Man lernt ja dazu. Also, man kann Realität nur erfassen ohne diese irreführenden Begriffe. Das sind alles Irrtumsbegriffe. Aber man sieht, wie total beliebt solche Sendungen sind. Es gibt ja eben, wie gesagt, Massen an Menschen, die wollen ja auch, also die ganzen weniger gebildeten Teile der Gesellschaft wollen ja eben auch was haben, was sie gut finden und was man mit wenig Wissen und mit wenig Bildung dann akzeptieren kann. Und da gefallen einem dann solche vereinfachenden Begriffe wie Selbst und Ego und wahres Selbst dann gut und so weiter, obwohl sie gar keine Basis in der Realität haben, in der naturwissenschaftlichen Realität. In der naturwissenschaftlichen Psychologie dürfen wir heute nur noch sprechen von Irrtümern, gewinnbringenden Irrtümern, vorteilbringenden, karrierefördernden Irrtümern, dadurch ausgelöste Gehirnwäschen und Massenmanipulationen und so weiter. Aber das sind die Begriffe, die wir in der Psychologie heute brauchen. Menschen können im Kopf Wahrheiten haben und sie können im Kopf Irrtümer haben. Und der Rest aller psychologischen Spekulationen hat sich naturwissenschaftlich leider nicht bestätigen lassen. Also die naturwissenschaftlichen Teile der Psychologie gehören zur echten Naturwissenschaft dazu, gehören also auch zu den Psychobiologien dazu. Aber weitergehende psychologische, psychologistische Träumereien haben nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Das muss man nochmal klarstellen. Ja und Bodo Schiffmann hat in einer Rede sich doch sehr offensiv und sehr radikal geäußert. Also das war dann schon, das ging schon in so Richtung, ich wiederhole mal den Tenor dessen, was er in dieser Rede gesagt hat. Ja, diese wenigen Reichen seien irgendwo das Problem und die müsste man irgendwie aus dem Verkehr ziehen, auf eine Insel bringen oder sonst wie. Solche Worte sind da gefallen und da waren so Namen wie Bill Gates, Rockefeller und es gibt glaube ich noch so ein paar Namen, die er genannt hat. Schauen Sie sich diese Sendung an, das war schon ziemlich heftig, das war schon eine Art Kontrastellung gegen die Reichen. Während ja die Next Scientists for Future sagen, nein, wir müssen, also lieber Herr Schiffmann, wir sollten kooperieren, aber wir müssen hier, wir müssen ein ganz positives, wir müssen hier mit unseren geliebten Milliardärskönigen, mit unseren geliebten Politikkönigen, mit unseren geliebten Journalistenkönigen, mit unseren geliebten Lobbyistenkönigen, müssen wir ein konstruktives Gespräch führen. Wir dürfen uns nicht kontra diese Personen stellen, denn die sind viel mächtiger, als wir jemals sein werden und einflussreicher. Wir müssen mit ihnen positiv ins Gespräch kommen und ihnen erklären, wie eine Gesundheitsreform, eine Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege und 20 weitere Reformen, inklusive einer Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, wie die Gesundheitsdatenerhebung, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdatenerhebung und noch viele andere Steuerelemente. Das Leben unserer Könige sozusagen viel gesünder, viel glücklicher, viel langlebiger, viel mehr Wohlbefinden, viel mehr Wohlfühl, vielleicht sogar um den Faktor 20, ja, eine viel höhere Lebensqualität können wir diesen Personen anbieten, ja, und sozusagen, und das, so müssen wir vorgehen, lieber Bodo Schiffmann, und nicht in ein Kontra gehen, nicht sozusagen sagen, die wollen wir aussondern, die sind das Problem und so weiter, sondern eben lassen sie uns da lieber in die Zusammenarbeit und in den Dialog gehen und gemeinsam die neue Welt starten und die die Next Scientists for Future ja fertig entwickelt haben und die Erdkugel in einen neuen, gesunden Planeten, der sich nie wieder über Schweinegrippen oder Corona-Erscheinungen Sorgen machen muss, weil das gesamte Gesundheitssystem fürstlich belohnt wird für Gesundheitsförderung, für Krankheitsförderung, für Krankheitsverhinderung, für Immunsystemstärkung, sodass dann die Immunsysteme über solche Viren in Zukunft weltweit lachen werden, ja. Ja, also, das war's jetzt zu dieser, ich muss mich jetzt darum kümmern, wir sind dabei, ein Corona-Ausschuss-Probesitzung mit unseren Professoren, Doktoren und so weiter, unsere Unterabteilung, unserem Corona-Team sozusagen vorzubereiten, das dann vielleicht hoffentlich 100.000 von Menschen erreicht, sozusagen, und da muss ich mich jetzt darum kümmern, so muss ich jetzt also mal unser Tagesthema beenden und ich beende unsere heutige wissenschaftliche Tagesschau heute, wo ist es, tschüssi, bis bald.